In den heutigen Vivi-News schauen wir uns auf jeden Fall die Drop-Details an für den kommenden USPS-Briefmarken NFT-Drop. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall die nächste Black & White Series von DC 1, die auf Vivi kommen wird. Und wir werten einmal das AMA mit Dr. Prophet aus. Da sind sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es, dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall mit, ja, nicht allzu vielen News mit dabei, aber auf jeden Fall spannenden News. Deswegen bleib auf jeden Fall dran. Und wenn du in Zukunft definitiv kein Video mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall den Kanal und aktiviere die Glocke. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem gesamten Video. Als erstes haben wir den Briefmarken-Drop von der USPS zum Earth Day. Und das Ganze wird mit insgesamt zwei Collectibles hier kommen. Das Ganze wird im Blindbox-Format stattfinden. Und hier am Samstag, dem 22. April um 17.00 Uhr deutscher Zeit droppen. Das ist einmal die eine Briefmarke, die wir hier sehen werden. Dann habe ich außerdem einen Listenpreis wie immer von 6 Gems und eine Editionzahl von 5.555 Stück. Außerdem wird das Ganze eine Rare sein und eine First Edition. Meiner Meinung nach, ja, kann man das ganze Ding sich später auf dem Marketplace dafür günstiger holen. Aber jedem das seine. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr den ganzen Job mitnehmt oder nicht. Ich persönlich lasse ihn auf jeden Fall aus. Und dann haben wir hier auch eine Secret Rare, wo wir im Prinzip hier nochmal einige Briefmarken mehr haben. Als Bild. Das Ganze wird eine Editionzahl von 555 Stück haben. Und wie gesagt, schon eine Secret Dressin. Hier muss ich sagen, tatsächlich fällt mir sogar gerade auf, da fehlt das Rare. Aber gut, werde ich auf jeden Fall mal weiterleiten. Außerdem wird es eine First Edition sein. Und ja, das kann man auf jeden Fall dann sich als Set, denke ich mal, relativ günstig voll machen. Ja, in den kommenden Tagen ist das bestimmt für den MCP gar nicht mal so schlecht. Ansonsten haben wir auf jeden Fall die nächste Black & White Series dabei. Und zwar nämlich Series 7. Und das Ganze wird hier am Sonntag um 17.00 Uhr in deutscher Zeit droppen. Mit insgesamt zwei Digital Collectibles. Und das Ganze wird hier inspiriert sein an die Legende Frank Miller. Und hier haben wir auf jeden Fall schon ein Collectible, was wir sehen. Insgesamt gibt es, wie gesagt, noch ein anderes. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was wir hier sehen werden. Das ist tatsächlich ein DC-Drop seit langem, den wir jetzt mal wieder hier sehen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was du sagst. Dann nimmst du den ganzen Drop mit oder nicht. Schreib es mir unten in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns direkt das nächste Thema an. Und das nächste Thema ist mehr oder weniger eine kleine Ankündigung, beziehungsweise ein kleiner Teaser schon mal für euch. Und zwar wird es nämlich am 15. Mai einen Livestream geben. Und zwar mit einem guten Rescallern. Und ich habe tatsächlich diesen Tag ganz bewusst ausgesucht. Denn an diesem Tag habe ich mir tatsächlich die Vivi-App das erste Mal runtergeladen. Das heißt, ich habe an diesem Tag zwei Jahre Vivi. Und zu diesem Tag wollte ich gerne auf jeden Fall das Ganze auch ein bisschen zelebrieren. Und dementsprechend habe ich Rees auf jeden Fall einen Livestream eingeladen. Und dort können wir ihm auf jeden Fall einige Fragen stellen. Wenn du schon einige Fragen hast an ihn, was Omi angeht, dann schreibe es auf jeden Fall sehr gerne mir irgendwie privat auf Instagram, Twitter oder auch Telegram. Da bin ich auf jeden Fall so offen für und werde das dann alles aufnehmen für das AMA. Und apropos AMA, gestern Abend war wirklich ein fantastischer Livestream. Und ich möchte mich nochmal wirklich herzlich bei jedem von euch da draußen bedanken, der mit dabei war, der im Chat supportet hat, der mitgeschrieben hat, geliked hat und auch vielleicht subscribt hat. Es war wirklich ein fantastischer Livestream. Ich möchte mich wirklich nochmal bei euch bedanken da draußen. Und im Großen und Ganzen kann man wirklich sagen, schaut ihr den Livestream selber an. Und ich glaube, viele, die hier auch mit dabei waren, würden das ähnlich sehen. Es ist tatsächlich ja eine Stunde 40 ist das Ganze gegangen. Sehr viele, sehr spannende Fragen auch von der Community, die gestellt wurden. Und dementsprechend schaust du auf jeden Fall an. Im Großen und Ganzen kann man aber sagen, Dr. Profit ist weiterhin Bullish. Natürlich könnte man jetzt sagen, hey, er ist natürlich der größte Wahl. Natürlich muss er Bullish sein. Aber er hat relativ viele Sachen, sehr relativ objektiv auch nochmal begründet. Wieso, weshalb, warum. Außerdem ist er ja auch Geschäftsführer einer relativ großen Firma. Dementsprechend weiß er, was einfach auch manche Kinderkrankheiten sind. Womit wahrscheinlich auch Vivi zu tun hat. Und ja, im Großen und Ganzen kann man sagen, sieht es auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Und viele Leute waren danach doch nochmal sehr viel Bullish. Beziehungsweise haben ihre Meinung nochmal geändert, weil Dr. Profit einfach hier an dieser Stelle sehr gute Begründungen gegeben hat. Relativ objektiv einfach auf die Sachen geschaut hat. Und ja, hier auf jeden Fall auch seine Bedenken natürlich geäußert hat. Bei dem einen oder anderen Ding, sei es zum Beispiel die Search Bar, wo es einfach lange, lange gedauert hat. Ja, aber nichtsdestotrotz schaust du es auf jeden Fall sehr gerne an. Ist es auf jeden Fall lohnenswert. Ich werde dir den ganzen Stream einmal hier unten verlinken, wenn du dir das direkt anschauen möchtest. Ansonsten findest du es natürlich auf meinem Channel. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video aber gefallen hat, gib dir das Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich sehr herzlich bei dir draußen fürs Zusehen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch ein wunderschönes Wochenende. Und bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.